ich glaube da habe ich ein ganz paar getroffen ah scheiße 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 kommt da gleich wieder hoch ok ich muss die ganze zeit husten ich weiß nicht, wow Panzerfaust die kommen alle wieder hoch da sind sogar zwei oh ich habe sie sogar noch gesehen und normalerweise killt die da nicht erstmal ganz ehrlich gesagt ist der behindert sorry Maverick aber wenn ich schieße dann muss ich in meiner äh Schussbahn sein ich glaube ich habe den vorne nicht Eier geschossen boah yo das ist ja gar nicht hoch ganz schmerzhaft kommt da mal raus oder sterbt ja da ist gar keiner warum ist da keiner ich gehe mal einfach hier lang kann ich hier doch bestimmt irgendwo hoch oder wöööö wenn man sich es wirklich weg so ja 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 Den hab ich gar nicht gesehen, aber trotzdem gekillt. Junge. Hört doch auf. Diese Drecksgranaten. Junge, 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 Junge. Ich erschreck mich immer wie Sau. Da lag so einer. Ja, grafisch. Homograffisch ist auch irgendwie ein Scheiß, aber ich ne, lass mal mit. Okay. Jo, läuft bei denen, ne? Sind hier ja ein paar. Dankeschön. Oh, mein Nase. Hier liegen ein paar. Nur so gesagt. Zwei. Noch einer. Na, da sind noch zwei. Boah, ich muss gleich mal unbedingt was trinken. Mein Hals ist trocken wie Scheiße. Spielt er da in Bios rum? Muss ich hier... Achso, der macht das. Auf den Boden, los! Ihr Jungs wisst, wie man richtig auftritt. Schnurzern! Pirate, hier ist Ghost 6-1. Gehen zum Evakuierungspunkt. Wir müssen in 30 Minuten weg sein. No problemo. Raub! 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 So schwächten sie seinen Körper und machten sich an seinem Verstand zu schaffen. Danach nahmen sie sich seine Seele vor. Was von ihm übrig war, haben sie für ihre Zwecke neu geschaffen. Der Prozess war qualvoll und präziser. Grog war nun ihr Ghost geworden. Die perfekte Waffe gegen uns. Wow, das sah echt geil aus. Nimm seinen Stuhl. Nimm seinen Stuhl. Achso, jo. Logan, bring ihn zu mir. Bring den Bastard her. Okay, was macht er jetzt? So, Ende des also, Elias? Du wirfst mich aus diesem Flugzeug? Du wirst mir jetzt alles, aber auch alles über die Ausgrabung in San Diego sagen. Was? Willst du mich fallen, Lieutenant? Wieder? Ich bin mir falsch. Denkst du wirklich, du kannst mich brechen, Elias? Na los doch! Komm schon, hier bin ich! Logan, bring ihn zu mir. Soll ich jetzt? Bring ihn zu Humpen! Es ist vorbei, Rock! Du bist besiegt! Niemand hat mich besiegt, Elias. Du hast mir meinen Job gerade immens erleichtert. Wenn du das überlebst, Junge, brauch mich! Oh, shit. Oh, shit. Oh. 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 Ich habe jetzt meinen Karkon gehört, by the way. So, okay Bewaffnet mit dem Messer Oh fuck Junge Da oben sind zwei Immer nur Headshots verteilen Ist auch tot Da vorne müsste einer kommen Da vorne Ja Headshot Echt nice Okay, hier vorne müsste es jemand sein Ich fühle mich so an der Quo Da vorne sind sogar zwei Shit Nein Gut Komm Nein, nein, nein Boah Junge, hatte ich gerade Angst Jetzt kann ich da nicht durch Ja auch nicht Okay So, ich muss Oh shit Bin ich hier richtig Den hab ich gar nicht gemerkt Oh mein Gott Ich dachte ich bin hier richtig So Noch welche Na ja Jetzt kommt wieder Dramatische Musik Noch einer da vorne Ich sehe hier keiner von meinem Schuh Roder Da vorne Der ist sogar tot Nice Hier war die alte Absturzstelle Richtig Könnt ihr das sein? Wir sind nicht auf dem Schirm Fast bei uns Wo sind die? Ach da Okay Wir haben Schüsse gehört Alles okay Na Was? 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 Gut Job. Ist die Scheu gedampft? Nein. Okay. Go, go, Power Rangers. Ja. Solange rühre ich mal mit meinem Kakao um. Okay, ich folge euch. Bardo, hörst du mich? Wir sind auf halben Wege. Bewegen uns doch bloß aufwärts. Wir werden aber da sein. Ding, ding, tü, 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 tü. Okay. Das sieht echt geil aus. Welche von denen soll ich? Vergestaltet. Ich würde mal durchlaufen. Ui. Das soll, das soll. Wuch. Das sollte so. Jetzt von den Enten angreifen, Wawin. Weiter bevor sie hier zurückkommen. Da kommt die Sonne. Das sieht das Licht. Aber wie er gesagt hat, die sollen gleich da sein. Und so war das ja nicht geplant. Die hören mich auch. Okay. MTX, Schalldämpfer. Trotzdem will ich nochmal eine Piste mitnehmen. Wo sind die? Na, gegen? Wie geht's? Kommt mit. Kommt mit. Ach, halt doch die Klappe da hinten mal. Bist du für ein Vieh. Okay, das ist schon.